ja so ok schnelle partie und schon noch was ist man kann sich jetzt seine drei charaktere sohn damit den kennt mag ich zu spielen woku war ganz cool und immer noch naruto eigentlich die großen drei schon jams starrs wenn ins kampfte ok ok alles klar misst das nur lachs 99 alles klar gegen die lachse kümmern doch noch an oder er kann das wahrscheinlich schon um einiges besser ins charaktere nur angeguckt und das war es im prinzip also gucken wir mal wie ich jetzt fertig gemacht werde eigentlich hätten wir gone mitnehmen müssen weil er zerstört ja einfach den der stärksten ist und in seinen augen ist er halt selbst der stärkste und 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 Tja, fragt sie nur für wen, Ichigo. Ungewohnt jetzt mal auf der rechten Seite zu sein. Oh, ich wollte eigentlich nicht ausweichen. Ah, er wird ab, okay. Eigentlich habe ich angegriffen. Naja, nicht schlimm. Ah, nicht gereicht, schade. Aber das reicht. Hey, wir haben die erste Runde gewonnen sogar. Warum laufen wir? Wie hab ich das gemacht? Lol. Wie haben wir? Aua Haben wir besiegt? Haben wir besiegt? Jawohl, sieht gut aus Geilo Hey, das macht sogar gar nicht Also, das heißt Unwennig Spaß Hab es echt schwerer vorgestellt Zu gewinnen jetzt Also habe ich doch schon was gelernt Habe nur was gezeigt die ganze Zeit Nice So, jetzt haben wir alles gezeigt Das war's für heute Das war's für heute